Entschuldigung, meine Damen und Herren, zum Finale der vierten Episode von The Rock'n'Dead. Der Rock'n'Dead? Verdammt, Kenny, du weißt was? Lass auf! Nein, du legst unsere Leben, dieses Baby-Liefe zu riskieren, sodass ihr zwei können sich um wie Teenager. Schau, ich habe einen Fehler gemacht, okay? Nein, das ist nicht okay. Ihr seid beide so. Ihr seid beide so. Alles, was ihr macht, ist kämpfen. Schau, ich entschuldige, okay? Ich habe mich verletzt. Aber du weißt, Jane? Sie hat eine Offer gemacht. Und, Jesus Christus, ich brauchte es, okay? Ich meine, schau dich rund um dich, okay? Alles ist scheiße. Entschuldigung mich für einen Moment oder etwas anderes. Okay, aber dieses Baby, das ist das wichtig. Entschuldigung? Also, deine Scheiße zusammen. Jenny, wo ist mein Baby? Alles ist okay? Alles ist okay. Wir brauchen einen guten Ort, um ihn zu holen. Das ist nicht hier. Wir müssen aufhören. Wir gehen nach Norden. Wir gehen nach Wellington. Das ist unsere beste Schmerz. Es gibt eine Stadt über die Riefer. Es könnte sicher sein, dort. Oder zumindest es könnte ein guter Weg sein. Penny! Ich bin entschuldigung. Ich bin entschuldigung. Clem hat einen Punkt. Es könnte eine ganze Stadt voll von Herzen sein. Und nicht so weit von hier. Es ist ein viel besser als hier. Es sieht aus, das ist unsere beste Schmerz. Wir müssen auf die Straße schnell wie möglich. Wir gehen nach der ersten Zeit. Woah, woah! Was hast du gesagt? Rebecca braucht Rest. Ein paar Tage, zumindest. Wir haben die Baby-Formula. Und es wird uns nicht helfen. Rebecca braucht Ruhe. Wir werden hier rauskriegen. Luke ist richtig. Sie braucht zu resten. Wir sollten ein paar Tage warten. Vielleicht ist das für das Beste. Wir wollen nicht Rebekah zu sehr hart. Gib mir nur einen Tag oder zwei, Penny. Ich werde gut. Das ist ein Fehler. Aber wir sollten alle versuchen, etwas zu schlafen. Es ist ein langer Tag. Es sieht Platz aus. Du bist gut? Sie ist gut. Wir alle sind. Ich kann weitergehen. Wir sollten uns sofort verlassen haben, stattdessen zu warten. Wir könnten mehr Essen finden und schon mal ein paar Tage hervorheben. Wir haben die richtige Sache gemacht. Sie war nicht in Ordnung. Sie ist schlecht, jetzt. Wir können immer wieder zurück. Das ist nicht eine Option. Wir müssen alle dort weitergehen. Wir müssen weitergehen, wenn wir in die Stadt nach der Nacht kommen. Wir müssen noch jemanden hören. Wir müssen einfach weitergehen. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen sie sehr stark machen. Ich mache nur was muss, wie immer. Kenny ist richtig. Wir müssen weitergehen. Ja, ich denke. Aber wir haben immer noch Zeit, so lange wie wir haben. Erinnern Sie, Sie haben mit mir gewonnen. Oh, hier. Hier ist ein Ort, um zu sitzen. Bekka, ich nehme den Baby. Er ist okay. Ich habe ihn. Nein. Nein. Du restest für einen Moment. Ich wäsche ihn. Geh zurück, Kenny. Sie hat gesagt, sie wollte nicht, dass sie das Baby nehmen. Seid nicht wütend. Okay? Ich bin nicht wütend. Ja, du hast es irgendwie. Aber nicht nur jetzt. Kenny weiß, was er macht. Er ist vorher ein Vater. Das ist nicht das, was ich überrascht war. Hallo? Was ist das? Ah. Die Rossen. Ah. Die Rossen. Arvo? Arvo? Jane und ich haben ihn auf dem Observation-Dack gesehen. Bevor alle anderen kamen. Du kennst diesen Scheiße? Was willst du? Er sieht nicht so aus. Das ist der Punkt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er könnte uns schuldig sein. Jeder hat einen Augenblick auf. Hallo? Ich bin Clementine. Was passiert hier, Freund? Du hast mit dir jemanden? Wo sind sie? Du bist nicht hier alleine, oder? Das sind meine Freunde. Wir bleiben für die Sicherheit. Aber du, wir wissen. Du bist Clementine. Das sind sie? Ja. Das sind sie. Das sind sie. Ha, 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 ha. Tell sie ihnen, dass sie ihre оружie gelegt haben. Und wir holen alles, was sie haben. Und wir holen alles, was sie haben. Und wir wollen, was sie haben. Und wir wollen, was sie haben. Und wir wollen keine Probleme. Ich habe ihnen gesagt, du bist die Leute, die mich robben. Du denkst, dass es lustig, dass du nur eine kleine Mädchen bist. Und sie wollen, dass sie dich und deine Freunde die Schäden unterbrechen lassen. Damit wir deine Dinge nehmen können. Woah, woah, warte mal. Was zur Hölle? Warum bin ich gespannt? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, dass du diesen Mann robben hast. Es war nicht deine Sachen. Es war Jane. Es war keine von uns. Wo ist die andere Frau? Wo ist die andere Frau? Es war zwei. Eine? Ich sehe keine Frau, die mit dir war. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie hat die Gruppe verlassen. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Ich weiß, sie sind weg. Das kann man leicht für dich. Arvo, sag ich, dass sie verletzt haben. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg, Arvo. Aber warum? Sie sind weg. Sie sind weg. Wir haben ein Kind. Steu. Sie haben med Sie? Sie hat ein Kindle Kind. Sie ist ein собacher Kind. Scheiße, ich versuche, ich bin eine bessere Schmerz als du. Ich versuche dich beide, bevor du schlägst. Alle, schau mal. Das muss nicht so sein wie das. Schau mal! 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 Jaaa... Beyond the Trees Das war Episode 4. Leider haben wir immer noch den Bug, dass wir die Entscheidung nicht sehen können. Und es wird jetzt auch keine, was als nächstes geschieht, kommt. Weil das ja das Finale ist. Und das Finale wird dann nicht gespoilert. Somit, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der letzten Episode. Und somit auf Wiedersehen.